So Leute, heute gibt es nochmal Modern Warfare 3, Road to Commander, Episode 14, wir haben C4 freigeschaltet, ja moin. Wieso haben die jetzt für Kill Confirmed gehört, ich dachte das wäre Herrschaft Bootleg. Keine Ahnung was die alle machen, sind so richtig voll Idioten. Ich habe wirklich, das ist, früher habe ich mir gewünscht, dass mal häufiger Terminal kommt im Road to Commander 24-7 Terminal. Abschluss bestätigt, time for another 69 seconds more. Ich finde, das mit den Abstimmungen der Map sollten die wieder wie ein MW2 machen. Dass man nicht sieht, wofür man votet. Aber das ist ja voll scheiße dann, dann votest du manchmal eine Map und dann ist die Map, die dann kommt, noch schlechter. Ah ok, meine Mutter geht dran. Naja, aber hier kannst du eh fast alle Maps spielen. Also hier gibt es kein D-Rail, kein Ding. Die sind aber an sich auch nicht, also die sind irgendwie alle so mittelmäßig. Also ich finde in MW2 gibt es mehr krasse Maps. Oh mein Gott. Hat Babo im Clan-Tag, GG. Schon wieder der, oh Gott. Ist das der Typ von, äh, von Bacara? Jo. Ich wusste nicht, ob der auch Babo im Clan-Tag hat, äh. Hat er ja. Oh. Der liegt da. Oh mein Gott, der liegt da mit einer AS-50. AS-50 ist nubiger als Barrette, ne? Weil AS-50-0 Rückstoß hat. Beim Liegen. Ich hab mich nicht so viel mit den Snipern beschäftigt, kann sein Sieger. Ich hab ihn grad gar nicht mehr klein, Mann. Das ist auch normal. Da ist noch einer hinter der... Dachte ich mir schon. Ja. Hast'n? Gut. Der rechts ist einer. Holst du den? Jo. Hey, hier ist immer noch... LOL. Hat gesehen den Typen. Ja, dein Portable Raider, das ist schon ganz gut. Ich hab's ja leider noch nicht frei. Bei mir lohnt sich das auch fast gar nicht mehr. Damit zu spielen, ne? Weil das kriegst du erst bei Level 77 oder so. Du hast viel gesehen, der stand mit dem Rücken immer noch zu mir. Oh mein Gott. Digga, du hast dich mit dem wieder umgespraytet. Das find ich mir nochmal. Ah, die droppen besser als eben in TDM. Weil der Host jetzt einfach ein Besserer ist. Ah, der liegt unter diesem Tankwagen da. Ah, nur Assist. Ach, ich schieße auf ihn. Also man merkt schon die Lecker-Position hier wieder krass, ey. Wenn ich hoste, da merkt man ihn nicht, aber... Mag spitzeln. Mann, ich hätte die alle nur an durch die... ...Kack-Wand, ey. Dann haben wir direkt hier, hagelt es hier wieder Assists. Eigene Marke geborgen, das ist so geil. Mhm. So. Ich schicke gerade wieder so viele Assists hier nicht mehr nochmal. Der spawns da hinten, okay. Hand ist Toten. Dann ist hier noch einer unter dem Flugzeug. Da ist der Bohner. Dann macht mein Nachbar wieder Krach, ey. Dann gehen wir noch Ahren, ey. Dann gehen wir noch Ahren. Dann gehen wir noch Ahren. Ja, dann gehen wir noch Ahren, ey. Oh mein Gott Er pre-aimt What a Noob Fatih hat sich anscheinend stumm geschaltet Ich glaube seine Mutter hat da irgendwie was gesagt Ja, ja, alles geklärt Nur fragt ob ich schon gehabt Fucken mich ja jetzt schon wieder ab, ey Bin zwar kurz vor Moor abgestorben, aber YOLO Ja, ernsthaft? Ja, ich war schon auf 16 bestimmt Warte, ich versuche mal den einen da zu holen Na, den hast du schon Ne, ich hab einen anderen Oh mein Gott, wer hat mich denn da gemessert Der kommt da einfach mit Attentäter, der Sniper Oh mein Gott Der Typ, der ist einfach so dreist Deniz RG, Alter Der ist so unglaublich dreist Ich mein, ist ja jetzt erst die Hälfte rum vom Match, ne? Kannst ja jetzt auch ne Moor ab machen Trotz immer, wenn ich dauernd sterbe, so hässlich Oh mein Gott, der hat sich da einfach Oh mein Gott, wo die rumliegen, Digga Hast du gesehen? Ja Der liegt immer rum, das ist das Erste, was der macht, wenn der spawnt Komm, schick Oh, danke Nein, nein, nein Vier Stück Oh mein Gott, ich hab seinen Taktik-Einstieg nicht gehört, weil ich kein Game-Sound hab Jut, Jungs Oh mein Gott, der Ruven, Alter Jungs, ich bin Deutscher, muss mir direkt in den klaren Text schreiben Oh mein Gott, der Typ spawnt einfach bei C Wie dieser Däneste fahrt immer in dieselbe Kursi, geht das ist auch voll hässlich, ne? Guck Extended Mags sind echt all, ey Hätte ich die mal gehabt bei 169 Sekunden-Warp, nochmal vier Sekunden oder so schneller Oh mein Mein Gott Das ist natürlich alles nicht besonders gut für die Präzision Der Sniper mit Attentäter ist immer das kleinste Keiner sieht den Typen, bis der irgendwann mal ballert, ey Der Sniper rennt echt immer zu seiner gleichen Pose, ja Und der auch Warte, ich leg mich jetzt hier mal hin Und warte darauf, dass er wieder da hinleimt Oh Oh mein Das ist nicht sein Ernst Er kämmt hinterm Kühlschrank Ist sein bitterböder Ernst, Digga Ich hab's schon gemerkt, ey Wir müssen die 50-Kill-Marke wieder knacken, ne? Sonst Oh mein Gott, what a turn on? Jetzt hab ich da die ganze Zeit gecampt, eh Nur damit ich da einen Typen wegholen kann War sehr effektiv Digga, ich schwert EMP' und vor mir sind drei Gegner Ja, und der Typ kämmt mich da einfach weg Gehört, das erfordert ziemlich hohen Skill Wieso? Cool, Alter, nur weil er auf seine Vorrichte geguckt hat Der hat's auch so Oh mein Gott Er hat Love im Klaren Deck Ist bestimmt so ein richtiger Familienvater, ja Und dann Und dann I carry you, äh Noch schwuler geht's ja echt nicht Ha! Gay Sieht zwar aus Man, wie die spüren, das klingt so auf Blindüberwacher Attentäter, Attentäter 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 Du hältst dich immer, was Attentäter angeht, ein bisschen bedeckt, ne, mein Freund Ich darf das Jungs, der Vati darf das Ich spiel damit wenigstens auf Spezi, ne, da krieg ich das ja sowieso irgendwann Bei denen Ja Ich spiel dann entweder Support damit Auf Support Package Ja, eben, ja Wir müssen gewinnen, Frau, ich hab kein Dann krieg ich mehr EP Oh, da liegt hinten noch ne Marke Ich spiel damit Ja, junge Team, ich will die Marke nehmen, die blockieren Das alles ist auch nicht mehr Oh mein Gott, da hockt noch ernsthaft einer Komm, drei Sekunden Bin entschieden Nein Haben verloren Eine Entscheidung auf den letzten Metern, äh Die Gegner, die fucken ja vielleicht ab 11 Assists Bei dir 20 Mit Specialist Einfach mal 20 Assists Läuft I'll carry you Done, ne Karte Nicht diese Lobby Wat für Huren Söhne Wat für ne Maps suchen wir denn mal Village Geht Ne, wir joinen ja in der Lobby, das ist ja das dumme War dein Nachbar, ne Mein Oder so Done, lecker Die waren ja nicht eben schon bei uns in der Lobby Nein Ne, ne Krieg eh die Lobby nicht aufgemacht, kommt keiner rein mehr Underground Eee So ist Ich weiß gar nicht, ab wann gibt's XTed Mix für SMGs 24 Ja auch Ist denn mal ein Silber, oder? Bei allen Ne, bei äh Soul, also bei Sturmgewehrnis auf 26 Und bei Snipern ist auch wieder was anderes Ne, stimmt, das weiß ich noch Da ist es ja ab 16 oder so Ganz ehrlich ist auch der einzige vernünftige Aufsatz Ich meine in MW2 Hat man sich ja dann quasi entschieden zwischen Vollmantel Thermal Oder Wie heißt es jetzt? Erweiterte Genau Bitte keine Godmode Klasse Und der Host sieht auf den ersten Blick ganz gut aus Jetzt wird Wird ein bisschen zerschrubbert, ey Ja Oh, die droppen Erstmal Map Changes auf Dome, ne Wenn es dir dann irgendwann auch losgeht, würde ich irgendwie so kaputt Ja Boah, der Nachbar Ich hör nichts Ich hör die ganze Zeit nur dieses hässliche Klappen Weil seine Durch den Wind oder irgend so ein Scheiß Die ganze Zeit seine Satellitenschüssel gegen den Äh Balkon Bollart, Alter Boah, Alter Das ist als ob ich Host bin Boah, Alter, das ist als ob ich Host bin Die Panic Knife Man sieht's einfach, man sieht Der Typ reagiert null Man weiß, man wird sterben, weil der Typ dich knifet Das war Okay Machen wir doch mal das Package klauen Komm, 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 komm Das war jetzt nicht mehr Nein Nein Ola Hurensohn Ja, jetzt hat das schon genommen Guck mal, die spawnen so dreist Der hat eine feindliche A6 im Package bekommen Die hätte ich auch gehabt In einer Sekunde später Wenn ich jetzt Full Flash sterbe Dann wäre ich gequittet instant Ja Weil ich sehe es nicht als Taktikgranaten Ist wirklich nubiger als Tuben Das ist einfach das nubigste, was es gibt Trägt mich so auf Taktikgranaten Oh, Jungs, ich kann ohne unfairen Vorteil Kann ich nicht gegen den gewinnen Wenn die dann noch in Black Ops 2 mit den ganzen EMP-Granaten ankommen Das ist auch so schlimm Ja, oder mit Schock-Charges Ja, da habe ich noch Taktikmaske, da macht es nicht so viel Als ob es EMP-Granaten nicht schützt Ist mir nie so Bestimmt aber Keine Ahnung, Alter Der Gansass, der ist so dreist Mit seiner Ska L-A-C-O-G Der hat echt den rechten Stick Der wird richtig durchgenommen von dem Ich glaube, die Episode nenne ich Scheiß Panic Knife, Alter Ich bin ja noch nie in meinem Leben so dreist gepanic-knife Von dem 1-4-Bonus Ach ne Ein Spieler, der richtig gut ist Der was weiß ich wie viele Moops hat Wie können wir den aufhalten? Ja, du musst eine Taste drücken Ja, läuft doch Ja, wir haben gemerkt Im Black Ops 2 war das Messer nicht mehr ganz so stark Wenn man das nicht gerade als Zweitwaffe hatte Ähm Ja, machen wir den Ghost wieder stärker Und Host-Dashboard Ja, ne Host-Dashboard Keine Netzwerkverbindung entdeckt Aha Bei mir auch Ja Ich hab hier so viele Niederlagen, das wäre schon normal Ich weiß gar nicht, was ich hier für ne Quote hab Muss ich gleich mal gucken Ich bin überall so, außer in Black Ops 2 Da hab ich noch eine 1er Siegesquote Aber hier sonst Ich habe in Black Ops 2 die schlechteste Weil ich ja immer quitten muss Wegen der scheiß Connection und so Ähm Siege 0,38 Äh, 0,83 Ist klar Lutschquote, die ist ja nicht gehackt Eine 2,56er Quote Nein Ah, ich hab die Lobby aufgemacht Aber das heißt nicht, dass ich Host bin Obwohl Könnte sein Das sah grad schon So aus, äh Host oder nicht Host, das ist hier die Frage Der Arschweckzentrale Was? MTS, also die ganzen Namen hier Arschweckzentrale Ja, das hab ich auch gesehen, ne Naja, ich bin nicht Host Der Kenzi ist Host Was hast du verpasst? Ist ich sein Ernst Was hast du verpasst? Hier aus Boah Das hast du verpasst Korrigiere, man kann den MW3 nicht sehen, ob man Host ist, äh Herrscher Fallen Herrscher Fallen Was wollten die denn für Kill Confirmed? Hier ist schon mal eine 3-Mann-Party Cool Rage im kleinen Set Sind die gut? Nö Oha Das glaubst du nicht X-Frozen 6er KD Aber das sind gehackte Stats Ja Die hatten nie im Leben 752.000 Kills Ja Bestabschluss der KD 1337 Digga Das ist das höchste was geht, ne? Weiß ich nicht Ich glaub schon Die haben irgendwie alle in der Äh, 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 äh In der besten Liste oben 1337 oder so P7 P90 Aber die P7 ja noch nicht frei haben Erst in 5 Leveln Bin noch kein Level aufgestiegen Ernst Doch, 1 bist du aufgestiegen Ne, ne, ich war 68 eben schon Achso, du meinst in der Wieso so? Ja, ja Ok Man, wieso wärst du doch das C4-Manners loslegen? Ah, unsichtbar? Ne Ne, ne, nur Headplay Und 3-Bar Ja Ah, die droppen Ne, gibt's One-Shot mit ACR? Achso, ne, das war M16 Ah, ok MP9 gewinnen gegen P90 Du bist nicht zufällig Du bist nicht zufällig host, äh Glaub nicht Könnte sonst nur noch der Rage sein Sonst könnte es glaub ich gar keiner sein Der war ja auch als erster in der Lage Den Fall Wo ist der Typ jetzt? Spawn die bei C Was hat er? MP9 Er gewinnt Mit MP9 gegen P90 Das ist ein Grund zu quitten Das ist wirklich ein Grund zu quitten Ich bin in MP3 Solo einfach viel besser als mit Team Ich hab noch nie was geschissen bekommen Außer mal mit Alex ne Moab oder so'n Scheiß Gilt nicht nur für dich, egal Gilt nicht nur für dich, egal Nur ein Verspitzi Geh weg, ey, sonst krieg ich noch Aids von dir Danke Unsichtbar Ne, ist der Essinn Er spawnt einfach einen Meter Ich hätt es mir besser angeguckt, die Killcam Der spawnt einen Meter neben mir Das müsste man mal aus der freien Perspektive betrachten Ey, Digga We- Sollte man machen Erschütterungsgermatten so viel Rauch? Ey, das ist doch voll hässlich Ah, ich weiß, was du meinst Ich schlag da auf den Boden Da kam der so Reingesprintert mit Attentation Ich schlag da noch mehr Oh mein Gott Der hat gut Ne, er hat einfach nur Er hat MP7 Damit remt man ja nur schneller als mit P90 Sorry Und damit es manche Leute haben so einen Bloody Screen Ne, ist ja nicht mehr normal Hätte ich mal so einen, wenn ich mal auf Streak bin, ne Dann wird es losgehen, Janik Ist echt so Ja Kommen mir vor, als hätten die Juggernaut ICU wäre hier richtig geil Und Juggernaut wäre besser Also dieses Jaa Ja vor allem in Ghost Die Sniper mit Schalldämpfer geben auch noch One-Shot und so Ist auch voll geil Bo2 Die Sniper sind alle bei dir Oh fuck Abschluss bestätigt Wir haben wüssten, Digga, was was? Ja, schon gesehen Mal sehen, ob die oben wieder in Cs waren Nee Wir werden eben fielen Jetzt waren sie bei A Oh, nee, jetzt waren sie bei C Scheiße, noch eins Leck Ach, du Scheiße, hat der viel geschluckt von der M4 Das war ja nicht mehr normal Oh mein Gott, AA12 Und, hä? Der war nicht auf dem Radar, ne? Vor allem der Aimassist hat übelst geschwankt Ich wollte da 180 im Scope machen Ich drehe mich so like Empfindlichkeit 1 Weil der Dingens dagegen steuert Der Aimassist war schon ziemlich geil Hat mich gefreut Besten nehmen Die hollen Support-Spieler hier Ah, beste Moin Ja, dreifach Abschluss Ja, ne Klautze, ja Da liegt noch einer, ne? Ja, der hat mich sogar angehattet Und dann spawnen sie da wieder alle vor mir Alter, was ist denn das hier für eine Support-Lobby? Ich Wir kennen es halt ja nicht Die haben dich erkannt Oh mein Gott Luki 1799 Richtiger Oldie Ich spiel jetzt nicht Okay, rank up Nein, nein, nein Was hat mich jetzt ge- Oh, Essmine Sieht man auch nicht alle Tage In dem, hier Wieder morgen um die Fahrschneide Wollange ich's denn hier hinbekommen Mann, die sind so scheiße Oh Gott Ist hier wirklich I am Rampage in der Lobby? Ja, aber das ist, ähm Kuiar Der war auch dabei Dem hab ich die 69 Sekunden Moab reingedrückt auch Da hat er gesnipet Wie, der Typ mich einfach weghaut Da ist ja nicht mehr normal Ja, der hat sich wahrscheinlich Meisterschütze auf Pro gemacht Der hat sich auf Pro Mit Visier von Anfang an Was los mit dem Jungen? Oh mein Gott Er snipet mich weg Weil der Aimassist da irgendwie Wieder so ein Förelefanz veranstaltet Ah, paar Assists Och Mann Ja, Tiefflieger killen ins Haus Ich mein, sie fliegen zwar tief Aber so tief So jetzt auch wieder nicht Doch Doch Bei den Gegnern schon Bei mir nicht Mann, wo war denn der denn? Danke Danke, Teamkollege läuft in Claymore rein Ich sterbe Oh mein Gott, der hockt da mit Die hätten die Drago noch niemals patchen sollen Die war ja vor dem Patch War die ja so abnormal scheiße War das Worst Weapon EU Die haben die älter gepatcht Ja, die älteren Können sie hinter mir nehmen? Was? Ich will hier einfach in den Ecken hocken Okay, ich hab noch meine 3er KD Eine Runde geht noch Jo 10 Level chillig Ich denke mal bei Level 78 oder so Mach ich dann das Kill-Duell Also ich würde sagen Statt Kill-Duell lass lieber Moab Also statt Moab-Battle Lass Kill-Duell machen Nicht, dass wir hier gar keine Dinger schaffen Warte, ich muss mal kurz die Klasse G18 haben wir frei Der Moab-Battle Ohne Moabs Das ist ja spannend Herrschaft Interchange Klingt gut Der Unbound Faker Wer? Guck mal Eh, ne, gar nicht Gesundheit Was? Der ist raus Gesundheit Danke Der Abosalem mal wieder Der olle Hänger Der olle Hänger ein mw2 wäre ich jetzt schon commander aber es hätte ja auch viel länger gedauert es holt ich habe mal es holt auf der map gemacht in sechs gegen sechs kill confirmed da dachte ich schon was los da habe ich mit was habe ich da gespielt reaper ac osprey das war ziemlich effektiv nee warte mal nee predator reaper osprey so reaper war natürlich reaper und osprey waren ziemlich gut auf der map x game mods aber das der ist zumindest sichtbar das wäre noch dreist dass blitz screener die unsichtbar sind das hatte ich schon boha wie der denn gerade kommando genervt hat jannik hättest du das gesehen hätte ich halt meine konsole verkaufen können oh host migration ich bin host also junge ich bin früher nie host geworden in mw3 was ist denn da los jetzt können wir uns mal wieder auf schöne dropperei freuen ich hätte nur alle 100 runden host hier ja und in mw2 nach jeder host migration ernsthaft ja nach fast jeder ja hier in mw2 werde ich auch häufiger host als hier hier kann ich den host ja auch höchstens so zwei drei runden halten mw2 habe ich schon mal drei stunden am stück gehostet ohne probleme bis meine ps3 irgendwann freest keine fünf gegner die droppen einfach mit drei die droppen wie im kino modus sechs gegner nein verspächtet oh mein gott joker the bond wie droppt er mich denn bitte das ist natürlich blöd oh mein gott dieser joker the bond ne der hat kommen das ist ja nicht mehr noch normal von dem wird er hat drei bar und und mich wie wie sonst was er davon wird gleich erstmal die kd gecheckt oh mein gott hätte ich konzentration gehabt werde so fällig gewesen wie sind das eigentlich wenn du so wirklich mit support spielst da würde ich eigentlich auch die würde ich an sich eigentlich obwohl mit support brauchst du konzentration nicht aber sonst kannst du auch eigentlich auch konzentration erweiterte magazine einfach zocken wenn die ist ja sogar noch stärker ohne schalldämpfer ja ich finde aber schalldämpfer ja ich finde aber schalldämpfer immer sicherer ist klar es ist sicher oh mein gott wie die da alle gespawnt sind erhalten sie alle drei abschussserienbelohnungen von drei sekunden äh von 20 sekunden und 250 mal finger fett 10.000 ep haben wir eben noch auf dem freien mann bekommen äh der griecher hackt da in seinem ding abflug bestätigt ja oh mein gott ich bin tot mann wo spawnen die denn klar verstehe ich auch nicht quasi ja ja voll flasht das war nicht alles von meiner frisse boah diese connection alter warum kann ich nicht kann ich nicht 100k haben ich hab ich immer zwei verspäts die durch einen unnötigen bullshit da ist ja nicht mehr normal guck mal ich hab dran ist ja nicht mehr dann bei dir läuft tot tot ich sterbe immer nur so hässlich weil ich dann übelst ich werde angehedelt und verziehe wie so ein behinderter was hast du sonst siehst du die ganzen punkte da gerade ja die sind alle bei dir holen wo ab ja ich ich hab's gesehen ich mach noch ne klasse mit visier von anfang an obwohl das sowieso nix bringen würde ne visier ist übelst schwach ja die camp nur zu zweit alter jetzt spielt der cm 901 mit hier mal ein schalter was fällt den typen ein ey jetzt hab ich meinen bonus ey ich krieg hier nur assists warum muss jeder frotzen so n wie ich spielen das klingt mich auch so auf wir haben da raten das tja vielleicht solltest du dann einfach mal mit gutem beispiel vorangehen und nicht damit spielen oh mein gott vegas was sind das hier für pro lobbies alter die die droppen wenn ich host bin Och man, ich wusste doch, dass da bestimmt noch einer ist. Scheiß Bauer. 32,9. Ich spiel doch jetzt kein Black Ops 2, Alter. Von was träumen die. Äh, Multi-Team-Schwitzer. Och man, der klaut mir auf einen Kill. Scheiß. Last Stand Bob. Äh, Final Stand. Müssen wir natürlich hier differenzieren. Wie jeder weiß, ist... There no last stand in... Das ist natürlich was ganz ganz anderes. Ja? Äh, ja? Willst du da irgendwie unterstellen? Das ist... Ich sterbe um die Ecke. Horst, auch nö. Ich sterbe um die Ecke. Ich warte immer noch... ...auf Last Stand. Und wenn du dann fallst, dass du dann noch Hand des Toten zünden kannst. Ja, wir haben recht gut. Oh, alle bei C. Oh mein Gott. Zwei Minuten, Mama. Nee. Hey. Ah, da war wirklich einer... Schon wieder Assist. Ah, das ist meine Marke? Nein. Da liegt meine. Mann, ich werd getubed. Ich wollte noch die 500 EP abstauben, weil es... Ich weiss, was du meinst. Ich werd so weggeha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Gut, denkt mal, die Episode beenden wir jetzt damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, Fatih, nochmal, dass du mitgemacht hast. Kein Ding. Bis dann. Hau da rein. Natürlich jetzt blöd, okay, noch... 2000 EP bis Level 71 und natürlich blöd als Host-Interchange. Naja, egal. Gut, ähm... Ja, jetzt... Bis dann, hau da rein.